Hi YouTube, ich würde euch jetzt gerne ein Intro drehen, aber ich scheiße auf euch und auf alle anderen. Jetzt gleich, viel Spaß. Wieso sind wir nackt? Wieso sehen alle so aus, wie sie aussehen? Ich sterbe. Ach man, der isst einfach nur seine Suppe, ich will nicht. Aber was muss ich... Oh mein Gott, ich kann auch nach vorne gehen. Kann ich Leuten auf den Kopf kacken? Oh. Okay, warte, ich versuch's bei ihr, ich versuch's bei ihr. Warte. Oh, warte, ich kann das nicht. Ich kann das nicht... Oh mein Gott. Ich will diesen Fahrradfahrer erwischen, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ich kack jetzt schnell. No! Okay, warte, 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 warte. Wir werden jetzt Profi hier drin, wir werden jetzt Profi hier drin, Chat. Okay, ich versuch nochmal ihn anzukacken. Ihn krieg ich hin. Okay. Oh, oh, iiih, oh. Ja! Warum habe ich jetzt auf einmal Musik? Oh mein Gott! Okay, 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 chill, 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 chill. Warte, kann ich da auch das Baby anklacken? Es wird immer lauter, Chat. Oh nein, ich hab verkackt. Wir müssen uns beeilen, dass wir wieder Stimmung haben. Ich werde mein Wort halten. Ich werde die Pupu-Queen werden. Wie die Tupu-Queen immer noch rumlaufen. Okay, 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 unser Highscore ist 1240. Was ist auf unserer Tupu-List? Ich glaube, ich muss dem Kind ins Eis kacken. Okay, in die Suppe rein. In die Suppe rein. Jetzt muss ich noch sein Eis treffen. Das ist ganz schön schwierig, Bro. Oh nein! Entschuldigung. Ich muss in den Müll, glaube ich. Mann, kommt jetzt gleich ein neues Kind? Three times in the trash. Okay, das krieg ich hin. Oh! Okay, 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 okay. Okay, Pool ist. Oh, hier vielleicht. Oh! Das war übel die gute Kombo. Ja, guck mal. Oh nein! Shit. Komm. Geh doch mal weg! Ich will den Kinderwagen scheißen. Danke. Boah, Zehner-Kombo brauchen wir. Bombpuh? Ich habe eine Kackbombe, Chad. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yo! Eigentlich würde ich sagen, nächstes Level. Aber es tut mir leid, Titi. Ich muss diesem Kind noch ins Eis kacken. Runter. Und jetzt. Ja! Okay. Wir haben die To-Poo-List full. Die sehen alle richtig süß aus. Die will ich nicht ankacken. Chad, ich möchte an der Stelle kurz betonen, dass ich nicht möchte, dass hier irgendwelche Out-of-Kontext-Aussagen von mir getroffen sind. Okay? Okay. Okay, 8 Stunden 25 und wir gehen in die To-Poo-List. The floor is lava, check ich nicht. Poo in the dog? Ähm. Ich frage mich immer noch, was der Hund sein soll. Da links am Fenster ist doch ein Hund. Wo? Wo? Bruder, wo? Ich werfe jetzt eine Bombe rein. Oh mein Gott! Das war Feuerwerk! Aber wo ist der Hund? Wo ist das mit dem Dog hin? Also, I guess machen wir jetzt... Müssen wir ja die Bomben loswerden hier. Ja, wir können nach Paris! Aber wir haben die Pool-List noch nicht voll. Uns fehlt noch ein Sideway-Bounce, the floor is lava und bounce to basket. Erst geht's auf Rentner und Mütter, jetzt auf Asiaten und gleich auf Franzosen. Richtig. Ich will irgendwie ein Cheat-Code haben. Kann ich da reinkacken? Ja. Warte. Oh ja. Ja! Oh, oui, oui. Oh, ich bin so gespannt auf die Musik hier. Okay, warte. Ich kacke hier erstmal in den Tee. Ist das Tee? Kaffee au Pou. Okay. Der am Hund. Die Hunde hinterlassen ihre Kacke auch überall. Da darf man die doch auch mal ankacken. Grimm, what the fuck? Nein. Was ist das für ein Spiel, bitte? Wir müssen Kacke auf Leute werfen. Aber warum? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich muss auch dreimal in ihren Kaffee scheißen, Junge. Dreimal. Wir brauchen das hier. Ich brauche das. Ich brauche das. Für meinen persönlichen Seelenfrieden muss ich diese ganzen Kack-Kombos hier schaffen. Ich muss. Ich drücke jetzt gleich F und es wird sehr eklig. Was habe ich getan? Kann ich mit dem Durchfall irgendwas erreichen bei diesem Taxi-Mann? Weil das ist das Letzte, was uns fehlt. Okay. Ich möchte nur noch dieses Taxi treffen, Chat. Dann haben wir es geschafft. Dann habe ich full on alle geschafft. Alle Tee-Poo-Lists abgehakt. Und dann können wir friedlich in Minecraft gehen. Aber ich muss das schaffen. Bitte, lieber Taxifahrer, fahr bitte einmal in der Scheiße, bitte. Ja, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den wahren zu muss. Aber das kommt nicht hin. Es kommt hin. Ich bin mir Du bist Doppel-D, Doppel-D hast du in deinen Namen, aber nicht sind die Kotte, eh, eh, eh. Du bist alles, was ich seh, ich will dich dann nur einmal fragen, ob du verkastest und mergest du geh, eh, eh.